Hallo meine Lieben, Willkommen zum letzten Teil von der Post von der lieben Angelina. Heute am nächsten Morgen und ja, vielleicht hätte ich auch wirklich abwarten sollen, denn das Tageslicht ist immer noch am schönsten, aber ich war schon so aufgeregt und ich wollte unbedingt gucken, was da so drin ist im Paket. Ist ja kein Päckchen. So, ja und ich werde auch überall noch in jedem einzelnen Video ihren Kanal verlinken von der lieben Angelina. Die hat auch einen Kanal auf YouTube. Ich habe da ein bisschen reingeguckt und ja, sie macht ganz schöne Anzieh-Videos von diesen Reborn-Babys. Und deswegen ist ja auch diese, deswegen hat sie das wahrscheinlich in dieser wunderschönen Babydecke verpackt. Also das ist ja keine Babydecke, da kann man ja die Babys drauf wickeln, wenn man die umdreht. Sie macht auch ein paar Einkäufe, Einkaufsvideos und ja, ich muss noch ein bisschen, so ein bisschen mehr gucken bei dir. Was du da so schönes zeigst und ja, dann wollen wir mal und zwar ist das auch schon wieder ziemlich groß, gut eingepackt. Na Kamera, ist das jetzt so nah? So, jetzt ist der Fokus da, aber das ist wirklich ziemlich groß. Ah, ich weiß. Jetzt fühle ich es. Oh, nein, nein. Ey, jetzt hast du mich aber jetzt nochmal überrascht. Ist das ein Umbrella? Ja, das fühlt sich so an, das fühlt sich jetzt so, wenn ich da so drüber gehe. Hier die gerüffelten Sachen hier. Ah, oh mein Gott. Oh, nee. Jetzt, also, jetzt, jetzt hält mich gar nichts mehr. Jetzt bin ich sprachlos. Wenn das ein Umbrella ist, wenn ich da jetzt richtig liege. Oh mein Gott. Oh, nee, jetzt hör auf. Ey. Du machst mich fertig, ey. Du machst mich fertig. Das ist doch ein Umbrella. Das ist ein Umbrella. Nein. Hör auf. Ach, um Gottes Willen. Das ist ein Umbrella. Oh, nee. Oh, nein. Ihr glaubt es nicht, Leute, ey. Also, so einen Tausch hatte ich noch nie. Was heißt Tausch? Meine Sachen hast du ja noch nicht bekommen. Oh, oh, oh. Das ist ein Umbrella. 100 Pro. Wenn nicht, dann. Oh, Gott. Das muss man ja auch vorsichtig aufmachen. Ja. Oder? Nee, ey, nee. Leckomio, ey. Du bist ja verrückt. Du bist ja verrückt. Und das liebevoll gemeint. Liebevoll. Och, nee. Guckt. Ach. Sie hat mich ja noch gefragt, ob ich so ein Tutorial machen könnte zu einem Umbrella. und die hat mir eins gemacht. Wahnsinn. Echt cool. Mega. Ist ja verrückt. Huch. Und sie hat es voll gestoppt ohne Ende, ey. Ohne Ende. Ah, hier, guckt mal. Einen richtig dicken Schindtiel. Haha. Oh Gott, alles kommt so raus. Ach, und noch mehr so süße Tüten. Ich hätte das doch im Tageslicht machen sollen. Aber das ist ja schon ein verdientes, einzelnes Video. Da, guckt mal. Richtig breit hat sie es gemacht. Cool. Richtig cool. Die schönen Blümchen von Action. Wahnsinn. Ey, echt. Hammer. Das gibt es doch gar nicht. Und hier hast du mir diese Sticker eingepackt. Du hast halt viele Sachen mit diesen wunderschönen Stickern verziert. Mit dem Hundi und mit der Katze. Ach nee, ach nee. Holzteile. Wartet mal. Kamera. Was ist denn hier drin? Oh. Oh Gott. Und hier steht allerlei wieder. Allerlei. Oh. Und so viele Tüten. So viele. Mega. Ey. Bist du ja verrückt. Verrückt. Das sind diese Tüten von Wish. Also hier auf jeden Fall. Das hast du mir ja geschrieben. Als ich mal gefragt habe. Da ist noch was anderes. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Und hier noch mehr Tüten. Wow. Nee. Das kann ich nie wieder mehr gut machen. Das kann ich ja noch tausend mal sagen. Oder du bekommst ganz viel Post von mir. Ganz, ganz viel. Wo soll ich, was soll ich noch auspacken? Das hier, das zum Schluss. Oder das ist ja auch, das raschelt auch schon wieder so. Oh nee. Hier, Holzteile. Holzteile. Und? Was hat sie mit der Schere gemacht? Was hat mein Tüchterchen mit der Schere gemacht? Ach. Die kleine Schere war bei meinem Tüchterchen im Zimmer. Im Schlafzimmer war auch eine. Aber. Ach. Ach, das ist ja eh schon ein bisschen hier. Ein bisschen zerrissen. Und Hauptsache die Sachen drinnen gehen nicht kaputt. Obwohl du hast so viele schöne Briefumschläge mir geschickt. Die könnte ich ja alle wiederverwenden. Aber das jetzt auch nicht mehr. Och. Wo hast du denn wieder sowas her? Das ist doch schön. Och nee. Guckt mal. Zweimal die gleichen, äh, Holzteilchen mit Love. Ach. Und? Ich sag's dir. Ich hätte es doch mit Tageslicht filmen sollen. Ist viel besser. Kommt besser rüber. Ach. Ach. So schön. Wo hast du die denn her? Auch bestimmt wieder irgendwie bestellt. Geld. Oh. Nein. Hammer. Okay. Allerlei. das kriege ich aber auf das ist kaputt zu machen oder was ist da drin kugeln die sehen doch auch selbst gemacht aus sind die auch selbst gemacht sind wir selbst gemacht du machst mich fertig sehen selbst gemacht aus so perlen sind die ich weiß es nicht aber das sieht mir so selbst gemacht aus voll cool dann hier so was so ein anhänger auch noch nie gesehen holz und dann schmütterling hier noch schmütterlinge verrückt so viel hammer echt unglaublich ich will jetzt hier noch mal gucken oder so war das ach hier du hast so viele tüten davon eingepackt wahnsinn und wieder die hier nein die sind kleiner sind die kleiner das sind kleinere tüten die anderen waren größer das sind gar nicht die gleichen zwar die gleiche aufmachung aber nicht die gleichen tüten kleiner und hier hand made for you an bär und so eine ente und so auch so 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 süß schleifchen wahnsinn echt wahnsinn das ist ja mal sowas von toll weil ich ich bestelle auch nicht so viel im internet oder so also ich gucke immer nur so bei den geschäften die bei mir in der nähe sind hier möchte ich auch so ein bisschen unterstützen die sachen vom internet sind auch toll so ab und zu auch mal was bei amazon oder so aber ja ich muss mal wirklich mal ein bisschen mehr bei den bei den internet shops stöbern wahnsinn wahnsinn wie viele tüten darf ich sie denn auch verwenden für andere tausch post meine liebe weil das sind so viele und musst du mir musst du mir mal schreiben ob ich das denn darf und dann noch die hier das ist echt wahnsinn so 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 schön so eine giraffe so schön ach das sind tüten das sind auch tüten ach thank you tüten ich habe gedacht irgendwie über das so dass das so aus als ob das vielleicht irgendwelche sticker werden oder so aber die sind auch so mega schön guckt mal guckt ne wisst ihr was ich werde ein tauschbäckchen werde ich nur noch am tageslicht abfüllen dass das kommt besser das tut mir jetzt ein bisschen leid für dich oder ich konnte aber nicht abwarten und du auch nicht glaube ich war auch und die oh mein gott mit herzen die kann man so viel für hochzeits projekte verwenden diese tüten ach nein wie süß und auch wieder so viele davon auch gott sieht ihr das das sind so wirklich so schöne herzen und hier die gleiche die hoffe aber in ach in roda oh man ey oh man 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 noch mal tüten ach so viele du bist verrückt da ist das wort wieder aber liebevoll ne meine liebe liebevoll verrückt ach und hier Nein, das habe ich schon mal ein paar Mal gesagt. Diese Hasen. Einmal von der lieben Charly, von Charlys Bastelwild. Die hat mir auch schon diese Tüten da hat sie mir was reingetan. Mutzibutzi und da ist aber geschrieben, dass die Tüten sie von dir hat. Und jetzt habe ich auch so viele von denen. Die sind so süß. Die sind so süß. Ach, ey. Ach, die hier. Das ist doch hier diese... Ist die böse oder nicht? Die Katze. Ach, Mann. Und große Herzen. Große Herzen. Die anderen waren ein bisschen kleiner. Ach. Große Herzen. wieder schleifen. Und hier der Bär. Oh, nein. Wo ist der? Wo ist der? Hier. Kuckuck. Oh, ne. Nochmal die Giraffe. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hier, guck doch mal, wie viele Tüten ich bekommen habe. Ey, Mann. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Und dass du so in einem Böller gebastelt hast. Ey. Super. Super. Haha. Da freue ich mich drüber. Ey, total. Richtig. Ich freue mich richtig drüber. Ich muss die gleich noch ordnen. So viele Tüten. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt habe ich die so ein bisschen durcheinander gemacht. Mensch. Und dann noch eine Sache. Noch eine Sache. Oh. Wahnsinn. Hier. Ich muss einen Schluck trinken. Wattest du mal? Haha. Wartet. Hm. 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 So. Was ist das? Das andere konnte ich ja erfüllen. Aber das war echt ein Zufall. Das ist bestimmt auch wieder so ein Loaded Antelope oder so ein Loaded Bag. Oder irgendwas. Ich weiß. Nee, weiß ich nicht. Diesmal weiß ich es nicht. Wie kann man das gut mit der Schere machen? Nee, doch da. Da. Und hier. Ach nee. Das ist gar nichts davon. Das ist jede Menge. Oh Gott. Verrückt. Jede Menge Zeugs Haar. Oh Mann. Oh mein Gott. Toll. Das mache ich da schon so vorsichtig. Und dann hier, ne? Aber, naja gut. Oh mein Gott. Ey, wow. Was ist das? Was ist das? Ah. What is dat? Oh Gott. Alles Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Pink Fresh Studio. Ja, und alles unbezahlte Dauerwerbesendungen. Nicht wahr, ihr Lieben? Ich kenne das doch schon. Ja, aber andere nicht. Englische Sprüche. Boah, cool. Toll. Ach, ihr ABC-Sticker. Ein paar sind schon weg, aber das ist nicht so schlimm. Das ist egal. Hier so ein paar, ne? Aber nur von den ersten. Das ist wurscht. Mein Gott. Och, nee. Die sind aber alle voll. Vollständig. Wartet mal, da habe ich was übersehen. Ah. Nein. Ach, jetzt bin ich auf das Stativ gekommen. Mensch. Hier, guckt mal. Winnie Pooh. Und hier, den habe ich auch noch nicht. Ist er auch noch von Action oder von woanders? Aber den habe ich noch nicht. Und am liebsten würde ich diese beiden Sachen der lieben Steffi schicken, weiterschicken. Ich finde die auch so, so, so schön, aber die liebe Steffi, die ist ja so ein Fan von Winnie Pooh. Du kannst mir ja in die Kommentare schreiben, ob ich die weiter verschicken darf. Aber ansonsten sind die wunderwunderschön. Oh, und hier solche Sticker mit Einladung. Alles mit Einladung und ein paar Herzen. Oh, mein Gott. Oh, nein. Und hier. Oh, nee. Ach. Kiddy Stickers. Die braucht man ja auch ab und so für so Kinderkarten. Oh. Und hier. Das habe ich auch alles nicht. Alles nicht. Da, Katzen. Da muss ich auch an die liebe Charlie denken. Hier habe ich doch auch mal diese Katzen geschenkt. Oh. So schön. Und hier sind Runde. Auch wunderschön. Och. Und hier. 3D-Sticker. Die sind so ein bisschen in 3D. Oh, hier. Smileys. Glossy-Sticker. Und die hier. Wow. Cool. Die sind von Kik. Und sogar reduziert. Da hast du aber Glück gehabt. Diamanten-Sticker. Cool. Auch meine Farbe so, ne. Und Puffy-Sticker. Und Puffy-Sticker. Hui. Da hast du auch noch mal Glück gehabt. Da hast du Glück gehabt. Hier. Aber letzte Zeit habe ich jetzt auch Glück gehabt. Beim Teddy-Einkauf. Oh mein Gott. Das nimmt kein Ende. Das nimmt kein Ende. Buchstaben. Und hier sind so... Bügel. Bügel. Fische Bügel oder was. Wie viele hast du mir davon eingepackt? Drei Stück. Wahnsinn. Und die hier. Auch die sind so niedlich. Ich muss mit den Sachen ein paar Karten basteln. Und dann werde ich dich auch erwähnen im Video. Wenn dir das recht ist. Also wenn ich deine Sachen... Wenn ich deine... Wenn ich deine... Deine wunderschönen Sticker verwende. Dann werde ich dich erwähnen im Video. Auf jeden Fall. Die hier. Und die hier. Piraten. Oh. Für Männerkarten. Äh. Männerkarten. Jungskarten. Für Männerkarten. Oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Das. 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 Das ist so. So. Viel. So viele. So viele. Und das ist ja noch nicht alles. Davor noch die ganzen Videos. Und die ganzen Sachen. Und. Dann hat sie noch so ein Ambüller gebastelt. Guckt mal. Ja. Ich danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. dass du mir so ein wunderschönes Paket geschickt hast. Ja. Buch. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke, 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 danke. Ja. Ne? Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Und. Was ich dir schicken soll. Oh Mann, ey. So toll. So toll. Dabei habe ich noch nicht mal Geburtstag oder so, ne? Einfach nur so. Ich habe da für dich was fertig. Ihr Lieben. Ich wünsche euch ein wunder, wunder, wunderschönes Wochenende. Genießt den Tag. Und du auch, meine liebe Angelina. Das wird jetzt auch noch ein wenig dauern, bis das hochgeladen hat. Das ist, das Video dauert auch schon wieder 30 Minuten. Und. Ja, ich bin nachher noch im Garten heute. Meine Eltern kommen ja aus dem Urlaub wieder. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und. Ja. Ja, ihr Lieben. Ich bin sprachlos. Wirklich. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht, äh, ähm. Ich habe ja noch, ich habe noch eine Actionrolle für euch. Ich komme aber nicht dazu. Das liegt da auch schon wieder ein paar Tage, paar Tage bei mir rum. Aber nicht mehr heute wahrscheinlich, weil ich ja gleich weg bin. Ich bin gleich unterwegs. Vielleicht noch morgen oder so ein Actionhall. Und dann kommt ja schon Montagsbastelspaß. Ich hoffe, da klappt auch alles ganz gut. Ja, ihr Lieben. Das war's. Ach. Und ich werde überall noch ihren Kanal verlinken in der Infobox. Ne, damit ihr sie ja auch findet. Die liebe Angelina. Und, ja. Schaut da. Schaut ruhig da rein in die Infobox. So, ihr Lieben. Ich wünsche euch was Schönes. Ein wunderschönes Wochenende. Und, ja. Macht's gut. Und seid kreativ. Und wir sehen uns irgendwann im nächsten Video. Haha. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.